Da fehlt ein Bar. Ein Bar. Da fehlt ein Bar. Ein Bar Ladedruck fehlt auf jeden Fall. Ich glaube, ihr wisst, wenn noch ein Bar Ladedruck noch ist. Junge. Okay, das waren aber zwei Bar jetzt. Da ist ja fünf Bar Ladedruck drin, oder? Oder die Karre brennt. Ja, oder? Ja, okay, ja. Chill. Oh, du Scheiße. Adam. Morgen. Lange nicht gesehen. Dann haben wir einmal den Benni. Nein. Benni, was machst du hier jetzt? Ich mache gerade ein Software-Update für die Immo. So, wir haben ja hier ein freiprogrammiert Steuergerät. Der liegt hier. So sieht das Ganze aus. Quasi das neue Steuergerät. Es ist ein freiprogrammiert Steuergerät. Der wird mit einem Datenkabel an einem Laptop verbunden. Was machst du danach, Benni? Danach schauen wir mal, wie er läuft. Fahren wir eine Runde, machen ein Lok. Und dann anhand des Loks können wir auswerten, ob wir noch was programmieren müssen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich mache jetzt eben das, was wir locken wollen. Damit ihr wisst, was hier abgeht. Und den Rest sehen wir da gleich kurz fahren. Sind wir mal gespannt, ne? Ja, da bin ich auch. Unser neuer Kameramannhof hier heute. An der Kamer hinten. Das wird kacke. Das wird kacke. Also wenn wir so die Aufnahmen gleich haben. Ja, kann sein. Wir nehmen schon hier ein paar Sachen mit. Ja. Benni, wie weit sind wir jetzt? Ja, wir sind da nicht geschafft. Ja, genau. Das ist doch geil aus. Peter macht auch deine Prüsse, ne? Ja, ja. Bester Mann. Schöne Grüße an Peter und Petra. Wie läuft das jetzt ab? Ja, also wir gucken jetzt anhand des Loks, sehen wir die ganzen Parameter des Motors, was er gerade macht. Genau. Und anhand des können wir gucken, müssen wir den bisschen fetter, müssen wir den bisschen wagen verstellen, macht er zu viel Druck, braucht ein bisschen mehr Sprit. Und das stellen wir jetzt live im Steuergericht, stimmen wir das jetzt ab. Und natürlich abgeschwerte Strecke. haben wir extra jetzt auch um die Zeit gemietet. Ja. Deswegen dürfen wir aber jetzt keine Zeit verlieren, müssen jetzt sein. Hier, unser Kameramann. Ja, so wird das sein. Ab 6,5. Ab 6,5. Dann kommst du ab. Zu fett. Angefangen hat das bei 5200. Bei 5,6 braucht er ein bisschen Sprit. Bis nach 6,6. Ah, der dritte Gang war aber perfekt eigentlich. War gut, ne? Hab ich auch so gefühlt. Ja. Hier ist er tatsächlich noch sogar zu fett. Da müssen wir ein bisschen Sprit rausnehmen bei 4,5. Ja. Obwohl das können wir lassen. Da fängt jemand an an zu fett. Ja. Der dritte läuft sauber, ne? Der zweite rotzt. Der Laddruck ist hier. Ja. Zu schnell hochgegangen. Genau das ist das Problem, ja. Da fängt er an zu rotzen und dann passt das hoch. Ja. Hier ist er wie festgenagelt vom Landerwert bei Last. Das ist alles eigentlich top, ja. Also wir haben hier, das war jetzt der erste Gang. Dann haben wir kurz angehalten. Dann wird er der erste Gang. Dann haben wir 1,2 bar. Wie gesagt, das ist der Atmosphärendruck, weil das in Kilopascal gemessen wird. Da muss man 1 bar abziehen, also 1,2 bar. Hier in dem Bereich haben wir 1,5 bar. Bei 6,5.000, wie angenagelt. Der Lambdawert ist eigentlich super. Wir könnten mal gucken, ob wir vielleicht mal ein bisschen Laddruck dazu takten und ob da noch ein bisschen Leistung kommt. Dann schauen wir mal später mit der Zündung nochmal. Vorvergesst nicht zu sagen. Bei dem Steuergerät können wir natürlich live die Daten ändern. Auch während der Fahrt oder sogar, wenn wir so stehen und der Wagen läuft, ne? Kann er alles ändern. Habe ich vergessen zu sagen. Ich speichere das Jabo und zack. Das Steuergerät hat das direkt drin. Genau. Dann können wir direkt testen, ob das was gebracht hat. Der lief sauber, geil. Richtig sauber. Besser, ne? Richtig geil. Der zweite hat gar nicht gespuckt. Der zweite muss noch ein bisschen. Weinst du? Doch, das hast du gehört. Der zweite ist noch ein bisschen scheiße. Aber warte, das sehen wir erst ab dem dritten Gang. Im zweiten macht der gar nicht so viel Druck. Hier ist immer noch zu fett in dem Bereich. Bei 0,6 bei 5.000. 0,6 5.000. Das geile ist, wir haben den Motor gerade reingebaut und jetzt geben wir schon Vollgas hier. Voll auf die Fressi. Das muss das können. Muss er können. So ist es. Dass er da echt ein paar Parameter da ändert und dass der Wagen ganz anders läuft. Was hatten wir bei mir letztes Mal, Benny? 2 Grad Zündung waren irgendwie 22 PS mal eben. 0,5 Grad Zündung, also. 0,5 Grad Zündung, also. 0,5 Grad Zündung, also. 0,5 Grad Zündung mehr gemacht. Mal eben 22 PS, so mit zwei Klicks. Was du mir erzählt. Du warst ja letztens auf der Rolle bei Marco Degen. Genau. Man kommt das Video überhaupt. Ich weiß nicht. Nein, nein. Er kommt derzeit nicht nach. Wie viel zu viel zu tun mit dem Video. Jan hat ja bei dir gearbeitet. Der jetzt bei Degen hat arbeit. Ja, das ist immer so. Das ist natürlich. Wir wollten euch jetzt extra mitnehmen. Den einen wird es interessieren. Den einen natürlich nicht. Aber ihr seht, was für eine Arbeit das ist. Das ist nicht so eben gemacht. So, was weiß ich. Was drauf spielen und das Ding läuft. Das ist. Ihr müsst euch vorstellen. Ihr habt tausende Felder, was bearbeitet werden muss. Und immer wieder angepasst werden muss. Das ist schon krass. Und jedes Fahrzeug ist ja individuell. Du kannst ja nicht irgendwie von dem Fahrzeug abnehmen. Weil das passt ja auch nicht. Hast du ein bisschen Auspuffanlass? Hast du ein bisschen Ehrag? Genau. Er fragt ja, was für Düsen sind eingebaut. Wie viel Benzindrucks ist eingebaut. Was für eine Benzimpumpe. Was für ein Auspuff. Was für ein Durchmesser. Alles ist relevant. Das ist krass. Aber, was sehe ich nicht. So. Dann der zweite Tabelle gebrotzt. Ja. L intuition. Ein bisschen fetter bei 1,26.000. Ballern, ballern, ballern! Ballern! Ja, das hat er genommen. Da fehlt ein Bar. Ein Bar. Ein Bar Ladedruck fehlt auf jeden Fall. Ein Bar Ladedruck noch ist. Schlauch ab. Schlauch ab. Hab ich auch gehört. Na Gott sagen haben wir ein bisschen besser gemacht. Aber das war sauberer, viel sauberer. Wer macht diese Effekte nämlich nicht mehr? Schlauch ab. Schlauch ab. Scheiße. Ich fahre einfach gleich in diese Einfahrt rein. Dann gucken wir eben. Wir haben doch alles mit Taschenlabor. Ja, stimmt. Schlauch ab. Ich würde sagen, ich mach den ein bisschen runter. Ich auf 7,5 lasse auf jeden Fall an. Mach jetzt nicht Zündung aus. Okay, alles klar. Jetzt kannst du alles machen. Ich hab gespeichert, ist egal. Das war sauberer, ne? Kein Rotzen mehr, ne? Das war sauber. Kein Rotzen mehr. Ja, das liegt dann jetzt an dem Ganzen mehr. So, das ist schon krass. Was machen sie jetzt? Wir müssen jetzt den Ladedruck Schlauch, also was ihr könnt ihr uns sehen überhaupt. Ja. Wir müssen jetzt den Ladedruck Schlauch einmal noch machen. Das gehört dazu. Ja. Das ist nochmal. Ich hoffe mal, der ist ja noch rausgeflogen und nicht kaputt gegangen. Die Schelle ist weggeflogen. Ich glaub, du hast ja eine Schelle im Kofferraum gehabt. Echt? Habe ich, glaub ich, nach hinten geschmissen, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja. Habe ich. Alles da. Warte mal, kann man das nicht rausräufen? Ja, eigentlich schon. So. Wo ist der denn abgefangen? Ja, aber man hat ja auch jetzt den Trick gemäht, dass er viel mehr Ladedruck aufbaut. Die Schelle da. Nee, Druck war gleich. Druck war gleich? Druck war gleich, nur mehr Leistung. Ach so, mehr Leistung? Naja, mehr Leistung tue ich meine Drehzahl einfach. Und mehr würde ich nicht geben mit Kopfeserie, ne? Ja, da würde ich das so lassen. Wieso mit der Leistung? Ja, mit Drehzahl. Ich habe den begrenzten Tacken hochgesetzt, aber so ist alles noch safe. So kann man das auf jeden Fall noch fahren. So fahren wir das alle. Wenn man vorne dran kommt, geht der hinten nicht rein. Geht's das doch? Boah, aber gut. Ich bin rausgeschossen. Schön auf einen neuen Politex. Nee, ich hoffe nicht. Hättest du mal Schwanz genommen lieber? Das würde nicht so auffallen, ne? Hätte ich mal lieber Handschuhe mitgenommen. Das haben wir jetzt nicht gedacht. Mit Schelle? Boah, hier. Der ist drauf. Das ist Standard, dass ein Schlauch wegfliegt immer. Jedes Mal. Oder die Karre brennt. Ja, oder? Ja, okay, ja. Schön. Nein, nein, nein. Dann nehme ich doch lieber die Schlauch. Dann nehme ich doch lieber die Schlauch. Ja, aber hatte ich doch einen Brilon auch. Zweimal hintereinander sofort. Schlauch weg, Schlauch weg. Bisschen Bremsrandiger sauber gemacht, gleich die Schelle drauf und schon ist alles dicht. Ja. Ein paar Tropfen Öl ist der Schlauch. Mal wieder runter. Ja, super. Das reicht. Ach, wie original. Ja, das Problem jetzt, jetzt muss ich meinen schönen Avantgarde Lenkrad anfassen. So. Ich fahr auch gerne. Ich fahr auch gerne. Da fahr sich denn lieber noch so. Ja, ne? Ach, heute? Sehr schön. 21 Prozent. Ich bin direkt. Hauptbahnhof ist sofort stark. Oh mein Gott. Was war ich denn jetzt? Wir dürfen nicht mehr ausmachen. Gucken wir mal nochmal im Lock. Ich glaub, alles zählt. Dann lassen wir das vorüber gehen. Nein! Oh mein Gott. So, Schlauch dran. Motor gestartet. Heute ist hier alles dabei. Mal gucken, ob der jetzt so ein bisschen Lado kommt. Nur mach Piano. Wenn ich so mache auf, ja. Okay. Passt oder so. Wir gehen jetzt weit über zwei Bar, dann ist er auch scheiße. Okay. Junge. Okay, das waren nur zwei Bar jetzt. Jetzt haben wir mal Ladedruck. Ey, wir haben Ladedruck. Alter, was war das denn? Alter, ich hab da was erschenkt. Boah, ich hab mal ein Stück für ein Stück. Was war das? Bin ich, hast du fünf Bar Ladedruck drin oder was? Warte mal, ich muss mal ein bisschen. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Was war das? Ich hab jetzt erstmal ein bisschen Ladedruck noch getaktet. Ein bisschen dazu. War zu viel? Okay, musst du noch ein bisschen runter. Oh, der war gut. Also für mich gibt's nicht zu viel. Ich bin mal gespannt, was im dritten Gang passiert. Ja, Mann. Ey. Und wie ist das Gefühl jetzt? Das ist jetzt richtig geil. Also jetzt haben wir eigentlich mal zwei, also über zwei Bar. Und das merkst du direkt. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Junge, das sind jetzt fünf, sechs Uhr abgelöst. Ach du Scheiße. Definitiv kranker. Viel kranker. Adam kann sich ja gar nicht behalten. Ich leh mich sofort automatisch zurück. Mach mal dritt und kipp mal. Ja, so lassen wir das. So gefällt mir das auch. Gefällt mir das auch. Das ist besser, ne? Naja, das kannst du nicht vergleichen mit vorhin. Aber so läuft es noch richtig sauber, ne? Ja. Kein Rotzen, kein Stottern. Lambada ist auch da. Gut, ne? Boah, jetzt macht's auch Spaß. Kann ich nicht. Das ist ja. Das ist meine Liga. Das gefällt mir. Der läuft gut. Der läuft gut. Der läuft richtig gut. Aber ich denke, für heute ist es auf jeden Fall top, ne? Nur Nummer zwei. Na ja, Maggi. Genau. Boah, was ist das? Ey, krank. Sauber, saubere Kurve auf jeden Fall. Der läuft alle sauberen Temperaturen, passen alle. Wir haben keine Probleme. Der Ladelufkühler reicht. Wir haben jetzt eine Stunde nach oben, rüber auf die Fresse. Ja, ist alles gut. Wir haben 88 Grad Wasser, 25 Grad Ansackluft. Das ist alles gut. Der Ladelufkühler reicht. So, Toba haben wir ja nachlaufen lassen, ne? Ja, klar. Also. Hier muss ich einfach noch mal Benni. Ehrlich. Geil. Was hast du da rausgekommen? Danke. Und nochmal hier für mein Kameramon heute. Also krass, es ist wie Tag und Nacht. Ich muss noch ganz kurz erklären, warum wir jetzt den Motor ausgebaut haben. Weil wir die neue Kupplung eingebaut haben. Weil er gerutscht hat. Und darum hat er ja die Taktung runtergenommen von dem Boost. Und das wusste Benni natürlich nicht. Es war spät, wollten wir nicht an. Deswegen hat er das erst später gemerkt. Und dann hat er auf einmal Boost drauf gegeben. Das hört sich jetzt ganz leicht an. Ja. Wir haben jetzt einen kleinen Eindruck, wie das ist. Wir haben ja gesehen, wie viele Felder du bearbeitest. Das ist ja klar. Weil wir haben ja alles nicht auf. Das hätten wir euch nur gelangert. Aber das war eben auch mal locker eine Stunde. Was auch wichtig ist, der Wagen kam zurück von alleine. Also. Ja. Fuhr zurück. Wir wurden nicht abgeschleppt. Heute eingebauten. Dreckt auf die Fresse. Du siehst sogar. Wir haben jetzt 20 Kilometer gefahren. Und die 20 Kilometer waren nur Ballern. Also. Warm fahren gefahren. Und dann. So muss das sein? Das müssen die auch halten. Oder das machen muss. Ja. Ey Benni. Endlich nochmal. Dankeschön. Ja. Und Benni. Ich würde mich nur freuen, wenn du mal hier deinen YouTube-Kanal hier fordern bringst. Ja. Ich sag mal, nächstes Jahr greifen wir. Ich fahre auch mal wieder an mit meinem Auto. Und dann gibt es bestimmt auch ein paar neue Videos. Wenig Motors. Benni's Motors gibt es ja nicht mehr. Es ist jetzt Greiners Motors. Ich habe mich mit meinem alten Herr zusammen getan. Aber wir haben greifen. Dein YouTube-Kanal? Wie hast du noch? Greiners Motors. Reicht das? Aber verlinke ich ja unten. Jeder, der mit 1.8 T Fragen hat und Reparatur braucht. Und ja. Pulli. Ist Bescheid. Ich habe es ein bisschen regig gemacht. Ist jetzt erhältlich. So nebenbei. Könnt ihr gerne bestellen und die Tasten auch. Das ist ein Druck, ne? Mhm. Das ist kein. Das ist nicht. Das ist ein Druck. Also nicht gestickt oder so. Also auch nicht. So irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Also ich habe es schon gesehen, wie ich es gemacht habe. Aber das ist schon krass. Das ist wie Farbe. Kamera sagt jetzt auch Feierabend, weil die Batterie bleibt leer. Okay. Er hat zu viel geredet. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bin jetzt mit mir für die Linz des ZDF. Das ist ein Buch. Ich bin jetzt mit mir für die Linz des ZDF. Ich bin jetzt mit mir. Ich bin jetzt mit mir für die Linz des ZDF. Bis zum nächsten Mal.